Herzlich Willkommen bei der Tradinghausnet Börsenakademie. Eine Woche lang Börsenseminar bei der Tradinghausnet Börsenakademie. Viele Teilnehmer gab es hier, die meisten mit glücklichen Gesichtern, so auch Sie. Was würden Sie sagen, hat es sich gelohnt? Es hat sich sehr gelohnt für mich. Ich habe viele neue Ideen bekommen zu handeln, viele Strategien kennengelernt und vor allen Dingen auch die Schwierigkeiten des Handelns kennengelernt. Also wir haben ganz viel über Strategien gesprochen, natürlich auch viele Begriffe erklärt, die mir so nicht klar waren, Zusammenhänge erklärt. Ganz wichtig ist natürlich auch der Austausch mit den anderen Kursteilnehmern oder eben auch mit den Tradern hier, mit den Betreuern, die jederzeit präsent waren, jederzeit ansprechbar, man konnte alles fragen. Also das ist natürlich wunderbar, weil das ist ein Service, den hat man ja nicht. Ich bin auch in anderen Zusammenhängen mit internationalen Finanzmärkten befasst und es war für mich sehr aufschlussreich, das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich bin sehr begeistert, möchte ich sagen. Für mich hat es sich gelohnt, obwohl ich wirklich auch schon lange am Markt bin, habe ich noch dazugelernt. Würden Sie anderen Leuten ein solches Seminar auch empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand schon lange alleine am Markt handelt und er möchte sich gerne mit gleichen Sinten austauschen und auch professionelle Hilfe vielleicht erfahren, könnte ich das wirklich empfehlen. Gerade wenn man Trading-Anfänger ist oder sich dafür interessiert, in dieses Metier einzusteigen, egal ob man das als Hobby machen will oder beruflich, man nimmt ganz viel mit. Bis zum nächsten Mal.